Keine Lust mehr auf Bierkisten schleppen? Kein Problem, denn jetzt gibt's Bierissimo! Die erste Bierpad-Maschine für frisch gezapftes Bier, direkt in ihrer Küche. Und Prost! Bierissimo! Jetzt in den Sorten Bierissimo Hell, Bierissimo Weißbier, Bierissimo Dunkles, Bierissimo, der rückenschonende Biergenuss. Bitte reinigen! Bitte reinigen! Jawohl! Bierissimo, die erste Bierpad-Maschine für frisch gezapftes Bier.